hallo und herzlich willkommen ich bin es wieder euer reaperxmods und heute präsentiere ich euch mal die jetzige gegenwart von mir und zwar wie ihr sicher schon facebook gelesen habt ich habe aufgehört zum modden aber es gibt einige faker die mich immer noch hier faken und das ist richtig minderwertig also klarzustellen es gibt nur noch mich beziehungsweise es gibt mich nicht mehr es gibt danny usher auf facebook das ist ein faker von mir weil ich wurde auf facebook gesperrt das heißt es gibt mich nicht mehr das einzigste wo ihr mich noch finden könnt ist auf skype den namen durch die videobeschreibung und natürlich auf youtube und ja meine dex ist an einen kunden verkauft worden dafür habe ich seine playstation bekommen mit der ich jetzt natürlich minecraft spiel und ich werde mir aber bald wieder eine jailbreak zulegen da ich wieder das bedrängnis habe modden zu wollen aber dieses mal werde ich nicht so offizieller modder werden wie denn die asche hat so wie mein normaler facebook-account damit ja facebook und ip band gegeben hat würde ich ein bisschen schwieriger das heißt ich werde wenn ich wieder modden würde dann nur andock all service auf youtube beziehungsweise skype anbieten das heißt wir können auf youtube damit anschreiben oder arbeit skype namen aufschreiben wie gesagt wenn er nämlich auf skype und dann machen wir die ganzen andere äußeres zusammen bildübertragung zum beispiel dass ihr auch alles seht wie es alles gemacht wird das heißt ihr kommt dann sozusagen auch in die modder szene ein ich erkläre ich alles wie den undergolds gemacht werden was man beachten muss dass man eine kleine vorahnung habt wie das alles so funktioniert und ja videos werde ich bald wieder auch machen wenn mein recorder mal wieder zeit hat er hat nämlich einen kleinen hund bekommen mit dem muss er sich jetzt ein bisschen mehr auf dem muss er sich mehr konzentrieren als auf mich das selbstverständlich dass man es ist ein welpe und ja dann sag ich mal schreibt mich einfach auf skype an unten kommt die video beschreibung mein name sag ich mal bis zum nächsten video euer dann haut rein